Domradio, Neues aus Kirche und Religion Papst Franziskus hat erneut zum Schutz des menschlichen Lebens von Anfang bis zu seinem natürlichen Ende aufgerufen. Zum Tag für das Leben, der am Sonntag in Italien begangen wurde, warnte er zugleich vor jeder Art von Verletzung der Würde, auch wenn es um Technologie oder Wirtschaft gehe. Stattdessen sollten sich die Menschen für neue Formen der Geschwisterlichkeit in Solidarität öffnen, sagte er beim traditionellen Mittagsgebet auf dem Petersplatz. Dabei schloss sich der Papst den Aussagen der italienischen Bischöfe an. In ihrer Botschaft zum Tag für das Leben verurteilten sie alle Formen von Abtreibung, Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch. Es gelte, die gleiche Würde jedes Menschen zu fördern. Am Tag des geweihten Lebens, der ebenfalls am Sonntag gefeiert wurde, bat Franziskus die rund 10.000 Menschen auf dem Petersplatz um Applaus und Gebet für die Ordensleute. Diese leisteten überall auf der Welt oft großartige Arbeit und das meist im Verborgenen. Am Vorabend hatte er die Mitglieder der Orden und religiösen Gemeinschaften ermutigt, an ihren Visionen festzuhalten und sich nicht durch weltliche Resignation entmutigen zu lassen. Mit kontroversen Diskussionen über Macht, die Beteiligung von Frauen und das Priesteramt ist am Samstag die erste Synodalversammlung zur Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland zu Ende gegangen. Bei der am Donnerstag begonnenen ersten Etappe des sogenannten Synodalen Weges verständigte sich die Synodalversammlung mit rund 230 Teilnehmern auf eine Geschäftsordnung und die Besetzung von vier Arbeitsgruppen zu den zentralen Themen des Reformdialogs. Ziel der von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken angestoßenen Initiative ist es, nach dem Missbrauchsskandal Vertrauen zurückzugewinnen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, sprach im Anschluss an die Versammlung von einem positiven und ermutigenden Geist des Miteinanders und einem geistlichen Experiment. ZDK-Präsident Thomas Sternberg betonte, dass in der Synodalversammlung niemand dem anderen die Frömmigkeit abspreche. In Frankfurt habe man ein neues Bild von Kirche erleben können. Der Kölner Erzbischof, Rainer Maria Kardinal Woelki, zeigte sich nach der Synodalversammlung kritisch. Ja, es sind eigentlich alle meine Befürchtungen eingetreten. Ich habe ja sehr deutlich gemacht, dass ich eine große Sorge habe, dass hier ein quasi protestantisches Kirchenparlament durch die Art der Verfasstheit und der Konstituierung dieser Veranstaltung implementiert wird. Und das ist für mich eigentlich auch eingetreten. Die wesentlichen Voraussetzungen ekklesiologischer Art mit Blick auf das, was Kirche, katholische Kirche ist, werden für meine Begriffe in vielen Redebeiträgen ignoriert. Unstrittig sei, dass die Verbrechen in der Kirche rückhaltlos aufgearbeitet werden müssten. Es ginge um Transparenz in den Entscheidungswegen, so Kardinal Woelki. Auch ein kirchliches Strafgericht sei für ihn selbstverständlich. Der Fokus des Synodalen Wegs müsse aber auf der Evangelisierung liegen. Wir müssen den Menschen den Glauben und die Lehre der Kirche wieder vertieft erklären, so Woelki. Darüber sei beim Auftakt des Synodalen Wegs aber wenig gesprochen worden. Zugleich beklagte der Kölner Erzbischof eine Intransparenz bei der Besetzung der Themenforen. Einerseits seien Personen ausgeschlossen worden, andererseits sei nicht klar, nach welchen Kriterien die Auswahl der Person erfolgt sei und wer sie festgelegt habe. Woelki hatte dafür plädiert, dass alle Mitglieder der Synodalversammlung, die in einem Forum mitarbeiten möchten, das auch könnten. Der Vatikan hat rund 700.000 Schutzmasken nach China geschickt, um die dortigen Behörden im Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen. Das berichtet die chinesische Zeitung Global Times am Montag. Das Blatt zeigt unter anderem ein Foto des Sozialbeauftragten des Papstes, Kardinal Konrad Krajewski, der Palette mit Masken an Vincenzo Handuo übergibt. Der chinesische Geistliche ist Vizerektor des Priesterseminars der Urbania in Rom und soll für den Transport der Masken nach China sorgen. Gespendet wurden die Masken dem Bericht zufolge vom Heiligen Stuhl und von chinesischen Christen in Italien. Zusammengestellt wurden die Lieferungen demnach von der Vatikanischen Apotheke, die die Masken in ganz Italien beschaffte. In China sollen sie in der besonders betroffenen Provinz Hubei verteilt werden.